Hallo! Mario Party hab ich gehört, Leute. Wollen wir loslegen? Ja, natürlich, ich will erst mal ein Update. Uff! Ich will einen Bausett spielen, Leute. Du willst mit Bausett spielen? Ich will einen Bausett spielen! Sehr gut! Eine nette Geste bei einem Wettkampf ist übrigens mit den anderen abzuklatschen. Am schönsten ist, wenn alle das Timing genau treffen. Wie wär's mit einem Versuch? Oh Gott. Irgendwie hat's geklappt. Du hast es gefressen. Ich bin Yoshi, ich kann nicht anders. Tut mir leid. Schade, dass er kein Physik ist. So, die Reihenfolge der Spieler, bitte würfeln. Yes, ich darf anfangen! Du bist auf dem Aktionsfeld, du kannst die Röhre benutzen. Du musst die Röhre benutzen. Ah, okay. Das heißt, du bist jetzt schön weit weg, das ist schön. Oh Mann, Alter! Komm, was ist das denn? Hat die 7 Uhr nicht so viel gebracht. Ich guck da gar nicht hin, Alter. Ich werd das eh nicht... Meine Augen sind so spät. Ich schau einfach mal. So, ich mach Ultranstint. Das war die Idee. Wir sind beide Erster. Wuh! Wuh! Geile Zeig Reichtum. Wuh, ein Begleiter. Du gönnst dir jetzt einen Kumpel. Ja, du kriegst erstmal Bowser. Ja! Genau! Was ist das denn? Ja, du kannst sie auch leisten. Geile. Geile. Geile Zeig Blumen. Hi, na? So sieht man sich wieder. Wagt Jenny nicht. Du wirst aber gleich sehen, wie ich an dir vorbeiziehe. Ich kann ja auch genau sagen, wie. Das ist doch... Da call ich doch Bullshit aber sowas von. Weißt du, wo du jetzt richtig Bullshit callen hörst? Ja komm, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Komm, mein Ohr ist auch noch frei. Fick mich doch da in dieses Loch auch noch rein. Weil du siehst... Wie Yoshi einfach gelacht hat. Wie Yoshi einfach gelacht hat. Boah, ja komm, ey. Ich call ja sowas von Bullshit, Alter. Ich find das gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt stopp Balooja, aber ich seh schon nicht. Ja so, hi. Ich bin so, bye girl. Ja. Ich weine! Ich weine! Ich weine! Kriegt der denn die... Ja! Aber nicht eins. Jaaaa! Geile, zeig Stern. Ja, mach ich. Warte. Jetzt kann Jenna was mal richtig hinflexen. Hi. Hä? Ist Balooja dumm oder so? Ja. Okay. Ich verstehe. Du hast vorhin noch nie mit Freunden so auf einer Couch Mario Party gespielt, oder? Nein, ich hab ja auch keine Freunde. Okay, wir gehen wieder. Tschüss. Die Wahrscheinlichkeit ist... Die Wahrscheinlichkeit ist... Jetzt im Ernst! Hahaha! Jetzt wirklich im Ernst, Alter! Warte, ich steh da doch, oder? Jaaaa! Ach, krieg ich da doch? Nein! Ich bin für Jennys, sie hat den Sieg verdient. Mir egal, ob das Rottis Premium ist. Ja, du bist ja auch seine Freundin. Gibt kein Recht. Ja, aber ich krieg dieses was anderes. Leute, auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Ich bitte... Danke Leute! Ich liebe mich alle! Aber dieses... Äh, dieses... Mein Girlfriend ist grün. Ich bin dann auch einfach geiler. Geile Zeigfrage. Yes! Ich konnte nicht schnell genug reagieren. Hättest bestimmt noch weiter gehen können. Das war genau die Taktik, die ich gefahren bin. Das war auch die, die ich fahren wollte, aber nicht aufgegangen ist. Ja. Ich finde, den Sieg habe ich nach dem, was ich jetzt alles abgekriegt habe, voll verdient. Naja, ich brauch das Geld nicht. Ja, ich schon. Kann halt nicht jeder so reich sein wie du. Das Geld ist safe für alles von Cal gesprungen. Hm... Jenny liegt vorne. Hm... Ja. Jenny liegt vorne. Hm... Jenny liegt vorne. Hm... Jenny liegt vorne. Hm... Hm... Bitte tu das nicht. Hm... Bitte tu das nicht. Hm... Du sollst zufällig machen. Nein, bitte nicht. Nein, nicht zufällig. Hm... Ich bin Jenny... Ich glaube, bitte Jenny oder Maloji. Egal. Hm... Nein... Jenny, du hast eh genug Münzen, um dir noch 10 Steine zu kaufen, oder? Oh ja, ich bin gerettet. Nein, ich kann mir nur 6 weißen. Ich hätte so geweint. Ich hätte so geweint. Aber fast 10. Ich hätte so geweint. Ich hätte jetzt auch gerne mal langsam ein paar Verbrenneter so... Willst du Freunde haben? Ja. Na doch zusammentun. Was? Was? Genau! So, eine 3 bitte. Oh, eine 4. Daisy, bitte nicht. Kann ich das... Oh, nein. Nein! Oh, doch. Du kannst aber nicht zählen. 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 Ja, ist doch so. Jeno packt die Zerstörungsbars aus. Heute wird gegrillt. Geil. Geiler. Geiler zeigt Grill. Ich bin doch schon ein Grill. Erstmal die Haare ins Gesicht werfen. Denn er hat halt einfach zwei Packboys und sich hören. Das sind die Durster auf Twitter. Ja, genau. Die Durster von Twitter sind das. Die Durster. Seit wann nennt man das überhaupt Durster? Oh, ne Witz. Hätte Warnung schon ein Gesicht, würde ich gerne da reintreten. Er hat sein Gesicht. Er hat aber kein Gesicht. Kein Problem. Auf. Alter. Es tut halt jetzt richtig weh. Jetzt bist du halt wieder vor mir. Mir tut's dann weh, weil das jetzt endlich mal wieder eine Chance für mich war. Ich bin traurig. Zu mir leid. Trotzdem traurig. Ich wünschte Rottie würde mich mal umarmen, wenn er mich in Smash richtig fertig macht. Daisy, tu nicht so, als hättest du irgendwas gemacht, Alter. Dich verprügel ich zu Hause wieder, Vibe. Ich muss erstmal in die Koche. In die Koche. Hintergrund dazu übrigens, wir hatten heute nen lustigen Versprecher, wo Jenny statt Küche Koche gesagt hat. Ab in die Koche, Vibe. In die Koche und mach mir Sundwitches. I do. Bitches sind das. Appen. Appen, Appen, Appen. Überforderung. Überforderung. Jelly.exe stopped working. Nein, nein. Behinderten, super. Anguichi, was machst du da? Nein, rennt auf dir zurück. Boah, Alter, ich hab's doch fast. Du bist doch ein Stück Scheiße, Alter. Geh dich bitte hängen und trink Bleichmittel. Glaubst du das erstmal richtig am Ausrasten? Boah, Alter, du dummer Lilana Wix-Knüppel. Hallo? Yay. In Rila klappt's besser. Ja, definitiv. Du Lilana von... Ohne Spaß. Du Lilana von Sakura, ungeliebter Wix-Knüppel. Jetzt weiß jeder, warum er nicht in Splash ist. Boah, Alter. Ich war aus dem Nacken, Alter. Oh, das ist das, das ist, worüber wir in die Rede kamen. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich kann shaken, Alter. Da muss man die Dinger rausschütteln. Let's shaken, Alter. Ich kann doch am besten schütteln. Kel freut sich, hört sich. Freunde da! Alter, wieso hab ich jetzt besser verlebt? Kel von dem Grünzeit. Da geht er raus! Jawoll! So gut einfach. It's me! Dann, du schummelt schon wieder? Nö, das will ich für heute nochmal auf Fahrzebeiß haben, ob du das wirklich kannst. Spaß. Ich gehe. Tschüss. Oh! No, jetzt war auch ein Hammerbruder. Das ist mein Hammerbruder jetzt. Ey, aber der war immer so lieb zu mir. Das war ein Brüste, Alter. Jetzt ist auch Brottigürste. Geiler! Geiler Zeigschwanz! Ich hab die Map noch nie gewonnen. Ich hab das Spiel gespielt. Glückwunsch, Knottler. Ich bin Zeugter! Was? Ich hatte die ganze Zeit vorne! Ja! Ich hab die ganze Zeit vorne! Ja! Ich hab die ganze Zeit nicht geglaubt! Boah, Alter! Mann! Yes! Ich hab die Map noch überholt! Boah, Alter! Sehr nice! Wie einfach alle vier Sterne haben. Schnapper geht auch jetzt, oder? Ja, nee! Boah, Alter! Ohne Mist, ey! Vor allem gab's ja... Das sind acht Münzen, die du hinter mir legst! Acht! Boah, Alter! Was bist du für ein Scheißlacker! Boah, ich hab... Ich... Und Jenny war halt irgendwie immer erster! Nee, ich hol mir jetzt meine Chicken Wings, Alter! Kannst du mir ein Wasserheiß mitbringen? Hol dir deinen Scheißlacker selber! Für sich spielt jetzt für sich! Bruder! Ich darf schon wieder anfangen! Ich darf schon wieder eine Eins! Oh, ich darf schon wieder anfangen! Oh Gott, war der groß! Das ist krass! Das krieg ich öfter zu hören! Ich glaub, meine war sehr klein! Marcel Roth! Yes! Meine war eigentlich mal so klein, aber... Meine waren nicht so klein! Das war nichts! Oh! Na super, ich krieg den NPC! Könnte eigentlich so bleiben! Bumba! Okay, ich glaub, ich muss gleich einen kurzen trinken, wegen NPC-Dum-Halt! Puh! Sehr gut! Ja, was würd ihr gleich im Spiel aus sein? Ich glaub, das kriegen wir den Jenny, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt gleich einen kurzen trinken muss, wegen NPC-Dum-Halt! Ja! Komm! Geh nach oben! Geh doch nach oben! Die sind halt einfach besser! Die Schnauze! Du musst doch nur eins zur Seite! Nimm wohl schon mal den Waldmeister, Wodka! Wie können wir eigentlich stehen bleiben? Na, doch! Oh nein, doch nicht! Äh, 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 äh! So! Ah! Schnell! Ah! Yeah! Hallo! 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 Ich weiß nicht, ob sie schon gewusst haben, die Pferde immer Frau, aber ich bin ein Geist! Ich bin ein Pfirsich! Sehr schön! Gewonnen! Kann ich gegen dich selbst auch klatschen? Yeah! Woo! Klatsch mit dem Kettenhund ab! Dann beißt der dir so die Hand ab! Wie? Ja! Same! Oh! Ja! Oh, Alter! Du kriegst einen neuen Freund! Der Durster! Ein neuer Durster kommt vorbei! Wer ist es diesmal? Der Durster hat... Wer durstet mich? Mario! Ja, das passt ja! Ja! Das ist ja unfassbar passend! Das ist ja dumm! Ich glaub ich hab dumm halt einfach, weil es halt einfach nicht meine Motivation ist! Nein! Neuer Rekord! Yes! Queen! Nee, Prinzess! Nicht Queen! Das ist doch eigentlich die Königin! Ja! Peach ist die... Äh, Jenny ist die Queen! Nie! Warum mach ich jetzt immer in meine Haare, Alter? What am I? So dreckig, Alter! Bowser guckt schon so... Boah, Alter, ich fick ihn auch noch! Genau! Bowser guckt einfach so... So! Deine Fotze gehört mir! Genau! S-O-S! Da kommt der Goomba halt einfach gleich schon wieder vorbei, ne? Hey, da bin ich! Oh, Alter, wenn du mich jetzt... 1 vs. 1, dann fick ich da ne ganze Formulierung! Oh, Vibration, das schaffe ich! Was? Damit kennst du dich aus, ne? Immer! Mit Vibration kenn ich mich aus, Leute! Wird so wissen! Alles klar gab's so! Erzähl mir mehr! Peter! Peter zeigt dir den dann, weswegen er sich damit auskennt! Ich werde bitte nicht mehr einschalten! Mama! Bitte 10! Das ist meine Lieblings- Ich gehe und komme nie wieder zurück! Tschüss! Oh, Mama! Boah, Alter! Puh! Puh! Hahaha! Hahaha! Hallo, oder? Ah, wie schöner italienischer Expresso-Likör! Mhh! Hahaha! Hahahaha! Einfach da direkt ganz oben! Loll! Boah, Alter! Und ich habe meine... Das ist gar nicht unwahrscheinlich, glaube ich, oder? Ich glaube, dafür reicht es nicht gar nicht. Als ob! Als ob! Hahaha! Hahaha! Als ob, ey! Also wenn das so ist, nehme ich das natürlich gerne! Ähm... Als ob, ey! Hahaha! Danke! Kann der Nächste bitte direkt von meiner Nase sporen, damit ich erst da bleibe? Ey, gab's doch einen Besdrückter! Hahaha! Das hier ist Gebärdensprache für Geile Zeigschwanz! Hahaha! Kann ich rausgehen? Kann ich aus dem Zug springen? Hahaha! Ey, was aus dem Zug? Weeeee! Hahaha! Ja, ich möchte mir noch einen Durster geben! Ah, ja! Jemand Doppelpunkt? Hahaha! Ja, du komm... Ja, jetzt machst du den Gendo-Skip, ey! Alter, ich hab den Gendo-Skip gemacht! Alter, darauf erst mal ein Depp! Okay, du stehst heute im Keller. Ja? Hab ich auch gehört? Weil... Dann hab ich mir ja Platz zum Schlafen! Yes, Queen! Da freu ich mich! Nein! Hilfe, nein! Ja! Was ich gesagt hab! Ach, Mann! Alter, sogar Vielpfeile! Oh, Mann, no! Einfach so voll als beim 100-Reieck, Alter! Ja! Das ist gemein! Alter, verräterische Schwerte haben wir gemacht! Ja, ihr habt einfach eine echt verräterische Schwerte gemacht! Ey, ihr klatscht euch halt nicht im Real Life ab! Ihr mögt euch nicht so sehr! Hab ich schon gemerkt! Tu so... Nein! Nein! Wann ist die Biest aus Ananas? Ich winke! Das sind so Leute, die wir immer nicht in seinen DMs haben! Richtig! Ja! Solche Leute kennst du ja auch schon! Hi! Unglipsbonus! Herr Cooper! Äh, der Goomba! Der Goomba! Der Goomba! Oder Gabse! Ja! Oh mein Gott! Der letzte Stern entscheidet einfach! Genau! I want to cry! Verbündetenbonus! Den Teil hier! Oh mein Gott! Und ich hab mehr Münzen! Ich glaub, du hast mehr Münzen als ich, ja! Wenn ich schon wieder gewonnen hab, dann bin ich nicht geiler! Dann bist du halt richtig geiler! Dann bin ich die beste Geiler! Ach, mein Verbündetenbonus! Das ist, wer den richtigen Verbündeten hat! Ach so! Da sagen die dann, der Verbündete, wenn du den hast, dann kriegst du den Stern! Wow! Ein Bonus wär das gewesen! Oh mein Gott! Okay, das ist viel scheiße, aber egal welches von den Verbündetenboni das gewesen wär, hätt ich gewonnen. Ja! Ich hab gewonnen! Mal wieder! Ja! Jenny ist halt geile! Du kriegst einen Siegesknuddler! Ja! Deswegen wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend! Die Tage haue ich irgendwann einen neuen Streamplan raus und dann sehen wir uns zum nächsten Stream wieder! Tschüss! 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 Tschüss!